Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing. Das ist Folge 10 von Let's Play Mini Metro. Was ist da passiert in der letzten Folge? Schaut es euch an. Lasst mir einen Kommentar da. Jetzt begeben wir uns nach Ägypten. Kairo. Überbrücke den Nil, um beide Hälften Kairos mit einem aus nur kurzen Zügen bestehenden Fuhrpark zu verbinden. Okay. Das machen wir doch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Strecken maximal. Drei Tunnel. Zwei Züge haben wir noch. Begrenzter Fuhrpark. Bin mal gespannt, was das heißt. Ich beschleunige mal wieder. In der letzten Folge habe ich auch versucht, diese geschlossenen Strecken nicht zu benutzen. Aber irgendwie hat das auch nicht so geklappt. Also wieder zurück zum alten Muster. Bin tatsächlich ein bisschen erkältet. Weiß auch nicht, wo ich mir das eingefangen habe. Eigentlich das Wetter soweit in Ordnung. Ein bisschen Regen, aber noch warm hier in Ostwestfalen. So. Ich möchte tatsächlich jetzt schon eine zweite Strecke hier haben. Ne, das kann ich nicht rausnehmen. Das geht nicht. Aber das... Ups. Ne. Was mache ich denn da? So. Du. Oh, ne. Du auch weg. So möchte ich das haben gerne. So. Lokomotive und... Waggon. Pappen wir hier mal dran. Ich muss hier mal schon direkt einen dritten Zug mitlaufen. Hatte eigentlich gedacht, er ist hier, aber doch schon ein paar mehr Fahrgäste auf dieser Strecke. Turbo-Modus. Kling, 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 kling. So. Und jetzt? So. So. Ich glaube, den Zug... Na. Komm. Pause. Oh, hier oben entsteht gerade eine neue Station. Die nehmen wir, glaube ich, hier noch mit rein. Ach, geht ja noch gar nicht. Ich wollte den Zug eigentlich umsetzen, aber... Naja. Machen wir es so. So. Dann waren wir ein bisschen zu nah dran an dem hier. Ich kriege da gleich eine weitere Lokomotive. Die kommt dann hier auf der roten Strecke. Verstärkt die rote Strecke ein bisschen. 130 haben wir im Moment. Und voll wird es hier auch schon. Lokomotive. Und ich nehme mal die Tunnel. Wobei ich natürlich jetzt eigentlich hier einen weiteren Zug brauche. Nein. Das klappt schon. So. Dann hier. noch geht's. Spuren wir noch mal vor. Ja, er sammelt... Genau, er sammelt jetzt hier noch zwei, drei... Nee, er sammelt auch nichts ein. Ach so, ich sehe gerade... ...die Züge... ...statt sechs Passagiere nehmen sie nur zwei mit. Ach so. Okay. Hier unten, das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin sehr aufmerksam übrigens. Mangelszug. Machen wir erst mal so. Dann mache ich eine neue Strecke auf. Wenn ich gleich noch einen Zug bekomme. Um jetzt eine sehr weite Strecke hier zurückzulegen. Fällt mir es jetzt natürlich auf. Ist wieder typisch Mann. Tatsächlich nur... ...vier statt sechs Passagiere pro Zug. Ich brauche hier noch einen dritten Zug. Es ist Sonntag, Gott sei Dank. Ich kann eine weitere Strecke aufmachen. Die ist einfach viel zu groß. Lokomotive. Mit Waggon. In den Pausenmodus. So. Das müssen wir einfach mal verkleinern. Das scheint okay. Und... Was ist denn, wenn wir... ...das so machen? So. Hat er hier noch mit rein? Geht nicht. Okay. So. Geht. So wird gehen. Das geht nicht. Na gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das verschwindet jetzt hier. Blöde Ecke. Gebt den ganzen Mann Waggon. So. So. Zack. Pause. Ich hoffe, das reicht noch. Wird es wohl nicht reichen, weil 1, 2, 3, 4, dann ist immer noch einer übrig. Eine schnelle Runde. Schade. Gut. Die 500 haben wir leider nicht geknackt. 315 Fahrgäste. Nun gut. Wir starten neu. Neu Spiel. Neues Glück. Jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Es ist zwar schon... Wie viel haben wir? 3.10 Uhr in der Nacht. Schon etwas müde. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Wortfindungsstörung. Ich würde mich freuen, wenn wir die 500 knacken. Das Klassenziel erreicht. Somit. Ich baue die Strecken aber auch einfach verdammt groß. Ich muss... Das muss ich mir angewöhnen. Kleinere Strecken. Tunnel, Tunnel oder Bahnlinie? Tunnel. Kleinere Strecken zu bauen. So wie jetzt hier. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Hier eine weitere Strecke. Start. So. Vorspulen. Fast Forward. Fast Forward. Fast Forward. Fast Forward. Das Quadrat bildet wieder den größten Verbindungsbahnhof in unserem Netz. So, das machen wir mal in der blauen Strecke mit rein, wobei jetzt hier wieder drei Kreise hintereinander, hier auch, einfach weil es auch nicht so viele Stationen von den, was nehmen wir jetzt, Bahnlinie oder Tunnel, Bahnlinie, einfach gibt es viel mehr Kreis als Dreieck oder Quadrat, aber das ist schon hart, okay, einen Tunnel habe ich noch zur Verfügung, so, machen wir jetzt hier noch eine weitere Strecke auf oder lassen wir hier noch einen Zug fahren. Ah, da setze ich gleich mal einen Zug hin. Bis auf grün fahren jetzt überall zwei Züge. Sehr gemächlich das Ganze, ein bisschen mehr Action, also spulen wir vor. Ein Xylophon im Hintergrund, ne? Oh, oh nein. Reicht das noch? Jetzt sage, du gehst hier hin und du gehst auch auf diese Strecke. So, dann kommt rot gleich die nächste Lokomotive. Ja, das ist ganz gut. Das reicht auch noch. Nur rot, da brauche ich gleich eine weitere Lokomotive. So, jetzt aber Lokomotive. Ich wähle den Waggon. So, nein, du kommst mit, jawohl. Und dann, äh, am besten so rum, ne? So rum. So, und ein Waggon. Diese Station hat sich jetzt in eine Spezialstation verwandelt. Und schon ist auch aus meinem Gedächtnis gelöscht, was es vorher war. Aber auf jeden Fall kein Quadrat. Oder? Na gut, wir haben jetzt schon zwei auf der Karte. Kann man also nicht ausschließen. Auf Kriegsfuß mit Quadraten. Gibt's nur beim Minimetro. Und bei mir natürlich. Exklusiver Content. Ihr möchtet auch hier hin. Ja. Wären wahrscheinlich hier oder hier abgesetzt. Wenn sie mitgenommen werden. Wenn denn. Bin gespannt, was wir als nächstes bekommen. Ich könnte noch einen Waggon gebrauchen. Hier wird's jetzt wieder knapp. Setz dich mal hier hin. Na, das hat nicht gut geklappt. Ich brauche jetzt hier diesen Zug. Bitte. Danke. Auch hier wird's knapp. Und auch hier. Ja. Das ist ein schweres Level. Ich glaube, wir scheitern auch hier wieder. 447 Fahrgäste. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. 500 brauchen wir für's nächste Level. Ich glaube. Ich geh mal kurz ins Menü. Das war dann. Genau. Das ist das vorletzte Level Kairo. Und dann kommt noch Oakland. 500. Mhm. Wir versuchen's nochmal. So. Streitet euch. Im Schnelldurchlauf. Ich hab's noch gesagt. Vorhin. Mach die Strecken nicht so groß, Chiki. Aber. Ich wollte ja auf mich selbst nicht hören. Natürlich auch sehr krass. Wir fehlen ja jetzt pro Zug immer zwei Fahrgäste. Zwei Plätze fehlen mir. Aber. Ich bin guter Dinge. Wir schaffen das. Wenn nicht jetzt. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Noch gute sechs Minuten. Dann bestimmt in einer der nächsten Folgen. Das ist jetzt eine Riesenstrecke. Zack. Ich glaube, gleich mit der nächsten Lokomotive werde ich das Ganze mal ein bisschen aufdröseln hier. Wobei. Funktioniert ganz gut. Lokomotive. Und. Was nehmen wir? Die Tunnel. Pause. So. Wo lassen wir dich denn langfahren? Du könntest. Vielleicht hier noch so eine Verbindung schaffen. Huch. Ne nochmal. So. Hier. 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 so sieht super aus und das wird jetzt funktionieren 300 fahrgäste das schaffen wir mit der holzhammer methode so lange habe ich noch nicht noch nie auf das so schnell laufen lassen so jetzt 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 wird es schon interessant wir haben sonntag bekommen eine lokomotive und ich wähle den waggon so ich verbinde mal ganz frech diese stationen mache ich das so während wenn ich jetzt in die blaue strecke mit reinnehmen habe ich wieder 1 2 3 4 kreise das ist einfach viel zu viel dann versuche ich doch lieber mein glück auf diese art und weise macht die strecke sehr lang und vielleicht auch nicht so toll das ganze nur mit einem zug zu befahren da passen alle rein ok schön jetzt hier hinten ich nehme mal kurz pause machen ich nehme ich hier raus du kommst hier noch mit hin so die auch weg so machen was diese woche übrigens die letzte woche für diese episode wo ist der grüne da ok ich bediene mich noch einmal des vorspulens kurz pause so nehme ich dich in grün noch mit rein nein du kommst in rot mit rein das ist gut jetzt sind irgendwo knapp wo möchtet ihr alle hin hier unten ok das passt so hier noch ein dreieck erst mal ja erst mal ja oder verkleinern wir das hier verkleinern wir das hier ein bisschen und dafür übernimmt diese aufgabe die grüne strecke so hier wird jetzt ein bisschen eng und auch hier oben aber wir haben sonntag und wir haben ja gesagt das wird erstmal die letzte woche für diese episode woche fünf wir erhalten eine lokomotive und entscheiden uns und das ist wirklich eine schwere entscheidung ich glaube aber dass ich die bahnlinie diesmal nehme pause und wir gehen ins menü und speichern unseren spielstand ja liebe freunde das war episode 10 von let's play mini metro ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann lass mir einen daumen hoch da und ein kommentar und aber ein abo würde ich mich freuen jetzt aber erstmal eine gute nacht einen schönen tag und bis zur nächsten folge tschüss